Er macht die größten Erfindungen. Wie geht's ohne Sauerei? Ja, er fliegt sogar durchs Universum. Nur einem Problem ist er ganz und gar nicht gewachsen. Seiner Mutter! Marsch ab ins Badezimmer und gründlich waschen. Marsch! Dexters Labor, heute Vormittag auf ProSieben. Er ist faul, frech und fährt voll ab aufs Federvieh. Lupo! Hallo, Wolfi! Der Wolf, den alle Tiere mögen und manche sogar lieben. Nur einer kann ihn gar nicht riechen. Ich verklopfe den Wolf, wann ich es will. Aber das ist doch ein putzgemeiner Köter. Der neue Trickspaß auf ProSieben. Lupo Alberto, da lachen ja die Hühner. Start nächsten Sonntag um 8.40 Uhr.